Bringt das hier wirklich was? Dieser Tipp geht gerade auf super vielen For You Pages rum. Die Zimmerdecke absaugen soll nämlich gegen Weißlichtmilben helfen. Kleine, eklige Tierchen, die an deiner Zimmerdecke leben. Aber aufgepasst, Weißlichtmilben gibt's gar nicht. Die sind nämlich nur ein Witz, erfunden von dem TikToker Levi Pennell. Der hat sich in einem Video über Putzmythen aufgeregt und kurzerhand selbst ein erfunden. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich auch schon viel früher angefangen, meine Decke zu saugen. Aber es hat mir halt einfach niemand gesagt. Viele andere User haben das dann aufgegriffen. Und so wurden die Weißlichtmilben zum Selbstläufer. Aber keine Panik. Du musst deine Decke echt nicht absaugen.